Nach dem aufsehenerregenden Rückzug von Mesut Özil aus der deutschen Fußballnationalmannschaft versucht Bundeskanzlerin Angela Merkel die Wogen zu glätten. Die Bundeskanzlerin schätzt Mesut Özil sehr. Mesut Özil ist ein toller Fußballspieler, der viel für die Fußballnationalmannschaft geleistet hat, sagte eine Regierungssprecherin in Berlin. Mesut Özil hat jetzt eine Entscheidung getroffen, die zu respektieren ist. Der Sport trage viel zur Integration in Deutschland bei, sagte die Sprecherin weiter. Deutschland ist ein welthoffenes Land und die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund ist eine Schlüsselaufgabe der Bundesregierung. Özil warf im Rückblick auf die Kontroverse auf sein Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan deutschen Medien rechte Propaganda vor. Eine Sprecherin von Innenminister Horst Seehofer, der auch für Sport zuständig ist, reagierte zurückhaltend. Punkt. Zu der Angelegenheit Özil hat der Minister schon mehrfach gesagt, das Thema ist ja nicht neu, dass er sich in diese internen Angelegenheiten nicht einmischen möchte.